Was ist denn Ihre Meinung zum Amateurfußball? Ich habe gehört, Sie sind ab und zu auch mal beim HEBC. Ja, woher komme ich her? Da komme ich gerade her. Da vorne 1-1 habe ich abgehauen, weil ich gerne her musste. Aber ich bin oft, weil ich da angefangen habe als Kind. Da war ja damals so, wo du gewohnt hast, da hast du auch gespielt. Und ich bin bei Herbst habe ich meine Karriere begonnen. Ja, das ist richtig. Was läuft denn beim Amateurfußball besser oder was ist das Schöne als beim Profifußball? Normalerweise alles. Da sehe ich noch Kampfeinsatz, wenig Geld. Da gibt es eine Karbonate und eine Cola. Und vielleicht mit Taschengeld und einem Feierabend. In der Liga oben, in der Bundesliga, auch in der zweiten Liga. Es geht mehr oder weniger nur um Geld. Aber das kann ich nicht mehr ändern. Da musst du mittanzen. Entweder wenn du oben bist, musst du da mitmachen.